Markus, was auf das? Das ist ein Maxis! Aha, ich... Ja, das kannst du ja trotzdem machen. Kannst du Infovideos machen. Infos, was denn? Das, dass du behindert bist. Sorry, Foodtalk kann gerade leider nicht reden. Aufnehmen. Nein, reden. Ja, weil ich krank bin, ja. Er ist krank. Krank! Krank. Und Fasching war sehr anstrengend. Ja. Ja, dann kann man auch krank sein. Krank. Krank. Warum glaubt mir das jetzt wieder keiner? Weil der Blatt im Wegpunkt aktualisiert wurde. Ach so. Ach so. Da dran wird's liegen. Warum ist unsere Rekrutierung eigentlich eh Samir Joynass? Na ändert's doch, Tup ist doch der Truppleader. Bin gerade dabei. Ja. So, und dann 3, 2, 1 Drops werden Troppen. Ja, sag doch an! 2 Ja. 12 Kilometer vorher oder 1800 mehr. Trau nicht mit mir. Ja, so geil, ich höf raus. Ja, da kann... Dann krieg ich nur wieder eins auf dem Deckel! Mach du das. Ja und? Ich krieg's alles auf dem Deckel. Man kann's im Moment nicht bringen. Ich kann's im Moment nicht bringen. ich kann kein Englisch so weiß noch das letzte Mal lasse ich einfach ah ja, das war witzig ich leg dich vielleicht im Knast nee nee das macht es zu schön für mich ja, das ist wahr na eben, du kriegst ins Klubz dunkelst für dreckigste Loch get ready for the drop we drop in sweet too ach so waaschgeil wie einer rausgesprungen ist ich bin schon wieder tot ich bin auch tot, what the fuck irgendwas stimmt nicht diese Galaxien sind verflucht ich bin einfach wieder verreckt schrei einfach mal Dark an, er hat eine behinderte Galaxie oder sag's ihm warte, ich wollte es werden oh ne, warte warum überlebst du eigentlich immer? ja, weil ich raus springe und einfach Skill habe ja, ich springe auch raus dann komm ich jetzt raus und bin für uns ich lieg aber neben dir oh geil können wir kuscheln die Beine aber jetzt bin ich tot ich bin tot, 28 Markus, mitten auf der Straße mitten auf der Straße, Markus schnell ja, ich bin tot, es sind 5000 Leute neben mir ach so schlecht außer ob es die Straße genau, da würde ich nicht mal hinlaufen alter ja, ich hab den Sunny C4 und der Straße ist ziemlich geil ich hab den scheiß Sunny C4 zweimal man hat mega Überlebenschancen dass der Sunny zweimal C4 ja dann hast du zweimal Punkte bekommen oder woher weißt du das jetzt jo jo, mit der Gommelser ist ja nicht so, es läuft der Typ da unten und wird von vier Richtungen geschossen nein, er zieht die Gommelser und gibt mir drei Richtungen in a row ja ich hab keine Lust mehr boah man, die sind richtig Lappen im Vergleich zu den Dings im Moment ist dieses Spiel scheiße sind die richtig Läme also, die Gommels scheint hat es auch aufgesetzt für einen Monat ja, nur ein Monat also im im Vergleich zu den Vanus sind die richtig lame die Tarana also ich bitte jetzt bin ich an 10 Leute vorbeigelaufen ich lebe noch ja die sind lame die Taranas noch schlecht aber sie sind einfach mehr wie dir ja gut ich bin jetzt zwar down aber ich sage jetzt soviel wie ich jetzt umgebracht habe in der kurzen Zeit das ist wo kann ich nicht in dem Fahrzeug spawnen ich konnte über die Straße hin und zurück laufen ich hab Sandi angezündet uuh Doppel C4 und jetzt ist er down ja, unsere ist auch gleich down ah ne ich hab einen gegnerischen gemacht das war viel lustiger jetzt wurde ich weggeslipped gewonnen hinten im Rennen und Hüpfen jawohl wieder einer tot wird gesehen BRT BRT D Yak no fuck 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 man wir haben wohl wiederbelebt und das ist der wieder tot oh der arbe Typ oh da liegt Futur Alter Oh da ist einer Abm english gesehen dass er einen parem hat eh Markus, pass auf, da ist es ein Mexis! Aha, ich habe Medic voll weggespottet. Das war schon ziemlich geil. Gut, das war jetzt behindert, was ich zertreibe. Ne Mexis, das war jetzt behindert. Ich bin einfach der Mexi in die Arme gerannt. BUSCH! 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 Ich hab die nextiviert! Ich hab die Futter, ich hab sie. Professionell, wie ich es gemacht habe, bin ich über dich geübt und hab die nextiviert. Genau so, wie du es dir in dem Moment gewünscht hast. Aber hast du echt die gekriegt, da oben oben oben? Ja, ja, ich hab die direkt nextiviert. Ja, das war geil, was du kommst noch eine schwere oder so hoch. In dem Moment, wo du Scheiße gesagt hast, hab ich sie ziviert. Ich hab mir gedacht, bei Bosnien Scheiße sagt, da muss es C4 fliegen. Sicherheitshalverklammert C4 hinterher. Oh fuck, ich hab nicht gesehen. Will die uns geben! Oh scheiße! Guck mal, da kannst du auch mal fighten gegen dich, ohne dass sie dich gleich töten. Ach, der Helfer. Ja gut, die sind halt nur... Die sind halt nur... Die sind ja weniger. WTF? Aber es sind trotzdem so viele. Die sind halt viele Panzer, das ist unser Tod grad. Oh, zu viele. Bis wir Panzer hier runtergeschickt hätten. Oh ja, ich bin tot! Geil! Von der LS Vandal! Komm, hol uns noch einen Lightning und dann gehen wir mal Lightning Wash. Ja, wir können gerne noch einen probieren. Naja, wir haben noch eine Vögelstunde. Ja und? Das ist das Ziel von dem Spiel. Aber ich opfere mich gerne auf, weißt du? Lieber sterben, also als unterdrücken. Oh, wir können auch Vanguard nehmen, ich noch Lightning. Lightning. Hey Lightning. Lightning, bitte. Lightning von Levin. Panzerbrechen, oder? Ja, natürlich Panzerbrechen. Kann ich Panzerbrechen nicht mehr oder Mongo? Du kannst auch Wattebäuchchen nehmen, aber das ärgerlich nicht so arg. Tja, ein Grad nur Wattebäuchchen. Achso. Ich bin einfach mit so viel Geschwindigkeit geschossen. Ah ne, stopp, es war nie wahllos. Oh ne, hoffentlich habe ich jetzt nicht die... Ja. Ich hab was wieder lappig. Bam, beinahe diese getroffen. Das war knapp. Das war knapp. Jetzt muss ich dran kommen. Fahr weiter. Also da ist ein... Ja, wollte ich grad sagen, da ist einer mit... Guter ist explodiert? Nein, noch nicht. Aber da ist ein schwerer mit einem Raketenwerfer. Ich grinde gerade eine Rakete ins Gesicht. Ah, das sind mehrhafte Schwerte rechts von dir. Richtig angewertet habe. Habe ich grad festgestellt, das sind... Oh, das sind richtig viele. Jaja, das ist so ein ganzes Quadraketenwerfer vorzies. Ja, ich mach meinen Aufgang. Ich bin tot. Ja, da war noch ein Spion dazwischen. Oh ja, geil. Ein Verbündeter schießt mir hinten rein. So wird mir nicht quasi tot. Und dann kommt die Gegner von vorne und schießen weiter auf mich. Und jetzt bleibt der Verbündeter hinter mir stehen, sodass ich nicht wegfahren kann. Oh ja, ich liebe Verbündete, sie sind auch überhaupt nicht die fieseren Feinde. Mann, haben die heut Glück oder was? Die haben ja nicht nur heut Glück, die haben ja immer Glück. Nein, weil die zweimal an meinem Sniper-Schuss vorbeigelaufen sind. Ah, da kommt Dark. Er will mich unterstützen, glaube ich. Alter, beschießt mich ein Sniper, Marschgeige. Ah, die bewegen sich zu viel. Ich kann die nicht richtig anbissieren. Scheiße. Nämlich die Schwärmen müssen hier stehen bleiben, um die am Dinger zu zielen einigermaßen, aber... Ja, vor allem die Lock-On. Wo hier auch einige mitschießen. Ja. Machen wir erstmal den Sniper-Schwind weg. Ja, den wollte ich auch kein Abfall hatten. Aber ein Panzer ist ja indirekt auch ein Sniper. Kommt halt drauf her, ist ein größeres Kaliber-Sniper. Ja. Eure tötet auch nur, wenn du einen Volltreffer machst. Lass du den Typen liegen? Arschloch. Aber wer ja gerade meint den Dinger wiederbeleben, wo ich getötet habe. Ich glaube, der spinnt mir. Ich frage vor, dass der Sniper tot war. Sind die Schweren weg alle? Weiß nicht, ich pusch grad. Wenn ich gleich rum drum mache, noch pusher. Nein, irgendwie ist im Linksformel noch einige. Ah, scheiße. Ja, aber da war's. Einen hab ich. Nächsten hab ich. In die Sniper. Aber Quickscope. Das kann ich nicht, ich brauch meine... Ja, aber ich mach so einen Panzer. Da läuft die Spion und... Oh, knapp verfehlt. Ah, da läuft er immer noch. Und zack, den Spion weggeholt. Elma? Oder so wie er hieß? Ja. Glaub schon. Der hat mich nämlich grad genommen. Ja, ich hab ihn dafür noch ein bisschen ran genommen. Gut. Aber pass auf, über dir fliegt eine Moss. Na, dann mal weg hier. Aber die Moss, die kann ich ja one-hitten eigentlich, ne? Wo ist sie? Wenn sie drifft. Sie ist nach rechts hinten abgewogen. Ja, ja, ich hab's gesehen. Bei uns. Finde ich auch cool. Da fährt ein Sandy. Hört... Da, da. Wahnsinn. Da, da. Da, da. Da, da. Vielen Dank.